Gut, ich will also in meinem Vortrag zeigen, wie Gesellschaften den Wert der Kinder als Bevölkerungsgruppe festlegen, dass er einfach nicht so viel gilt, dass man auch in meinem Fach sagt, also Kindheit, ist das überhaupt unser Thema, beschäftigen wir uns nicht mit Gesellschaften, das ist viel wichtiger. Ich will also in meinem Vortrag darauf eintreten, wie Gesellschaften, deren Wert der Kinder als Bevölkerungsgruppe festlegen, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat und vor allem auch noch, was sich dann noch alles ändern sollte. Kann man mich gut hören? Gut. Auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es ja so, dass verschiedenen Bevölkerungsgruppen ein unterschiedlicher Wert zugeteilt wird und Bevölkerungsgruppen werden unterschieden nach Alter und Geschlecht weltweit. Da gibt es dann auch weltweit ungefähr die gleiche Reihung. Männer gehen vor Frauen, moderne Gesellschaften arbeiten daran, das ein bisschen zu korrigieren. Erwachsene gehen vor Kindern, moderne Gesellschaften arbeiten leider noch viel zu wenig daran, das zu korrigieren. Die Stufung ist also relativ universell. Komischerweise finden wir vor allem bei den Alten am meisten Abweichungen. Die Alten gelten in manchen Gesellschaften Asiens und Afrikas richtig viel und bei uns gelten sie nicht so besonders viel. Da haben wir also eine Abweichung, ansonsten haben wir weltweit ungefähr die gleiche Reihung. Die Ermittlung des Wertes einer Bevölkerungsgruppe geschieht zwischen ökonomischen Überlegungen, zwischen Emotionen und kulturellen Kodierungen. Und sie kann sich zum Schluss ganz nüchtern in einer Zahl ausdrücken, die einem Menschen zugewiesen wird. Nüchtern und immer etwas befremdlich geschieht das in Schadenersatzprozessen, wenn der Wert eines Menschen zum Schluss berechnet wird. Was war sein Verlustwert? Da hat sich dann, wenn man die Kinder betrachtet, gar nicht so sehr Grundlegendes geändert an einer Einstufung, zu der schon die Westgoten im siebten Jahrhundert kamen, nämlich dass Kinder vergleichsweise wertlos sind. Kleine Kinder sind vergleichsweise wertlos, über weibliche Kinder redet man gar nicht. Ein männliches Kleinkind hat bereits einen gewissen Blutpreis, wenn es zu Tode kommt, aber der Rest gering im Vergleich zu dem Preis, den es dann hat, wenn es langsam erwachsen wird. Nun suggeriert dieses Beispiel allerdings, der Wert der Kinder sei sehr klar zu bestimmen gewesen in früheren Zeiten. So einfach war das nie. Stets bedurfte es gerade in der europäischen Kultur eines recht diffizilen Ermittlungsprozesses, was denn ein Kind wert sei, ob es denn nun zum Beispiel gut sei, noch eins zu bekommen, oder ob man besser darauf verzichte, oder ob man es früh weggeben solle, oder wie das nun sei. Relativ früh setzte sich in der mittel- und westeuropäischen Gesellschaft die Ansicht durch, dass Kinder teuer, aber teuer seien. Wenn Sie sich das an, da schreibt bereits im 18. Jahrhundert ein englischer Lord an seine bereits erwachsene Tochter, seine Frau hätte noch mal ein Kind bekommen, das zehnte sei es, uns ein schlechtes Geschäft. Er schreibt aber auch, dass ihm die Kleine viel Freude macht, und er schreibt seiner ältesten Tochter, die ihm also auch einiges wert ist, denn es sind viele Korrespondenzen von ihm mit seiner Tochter überliefert, eben teuer und teuer ist. Das ist die Wertvoranschlagung, die wir für das Kind haben. Das sehen Sie ja dann auch im zweiten Zitat. Diese Kosten nicht aufzubringen, galt schon bald einmal auch als gewisser Charaktermangel. Ein schlechtes Geschäft ist es in Europa infolge des Heiratsmusters, das die Historiker als solches von anderen klar abgrenzen können. In Europa gilt das sogenannte European Marriage Pattern, und das ist ein sehr besonderes Muster. Ein Muster, in dem die jungen Leute relativ spät im Leben heiraten, nämlich so Mitte, Ende 20 heiraten sie, und was wichtig ist für den Wert des Kindes, sie gründen einen eigenen Hausstand. Das heißt, dass sie in einem Alter, in dem sie in der Lage wären, für die Familie Geld zu verdienen, Geld zur Seite legen für ihren eigenen Hausstand, ansparen, und dann, wenn sie ihn erst gegründet haben mit der Eheschließung, gehen ihre Mittel dafür auf. Wir haben einen Fluss von Geld von oben nach unten. Übrigens, je länger, je mehr, wenn Sie heute gucken, dann zahlen Eltern manchmal bis Mitte 30 noch für ihre bereits erwachsenen Kinder. Zufälligerweise kommt ja die Krankenversicherungsrechnung immer zu mir, und dann kann ich die auch übernehmen. Also, da wird ganz viel Geld von oben nach unten verteilt. Das kann auch anders sein. Ich forsche zum Beispiel selber relativ oft in Zentralasien, in Kirgisistan, und da gilt ein anderes Muster. Da fällt dann die Wertermittlung des Kindes auch anders aus. Da können Kinder eine Quelle des Reichtums sein. Das Modell der Filial Piety, der Demut der Jungen gegenüber den Erwachsenen, heißt, dass zumindest einer der Söhne mit seiner Frau bei den Eltern einzieht. Die Frau ist dann die Magd der alten Frau. Sie macht den Haushalt nach Anweisung der alten Frau, und der Sohn verdient für den Haushalt. Kinder sind hier ein Versprechen auf zukünftigen Reichtum. Kinder sind hier ein Versprechen auf zukünftigen Reichtum. In ihrer Zahl aber auch durch ihren möglicherweise herausragenden Erfolg. Wir haben ja auch in diesen Gesellschaften, die in der Regel eher Gesellschaften des globalen Südens sind, eher ärmere Gesellschaften und eher Gesellschaften natürlich, die keinen Sozialstaat haben, keinen Wohlfahrtsstaat. Und wir haben da aber auch mittlerweile eine gewisse Durchlässigkeit der Sozialstruktur. Und darum wird sehr viel Wert gelegt auf den Erfolg der Kinder. Der Erfolg der Kinder ist ganz wichtig. Kinder können also Geld verdienen. Sie können auch migrieren und Geld zurückschicken. Ich kenne dieses Modell gut aus meiner Forschung in Kirgisistan. Da hat mir eine Mutter zum Beispiel eines fünfjährigen Kindes gesagt, Wenn er groß ist, ein fünfjähriger Junge, wenn er groß ist, wird er uns sicher ein großes Haus bauen und ein schönes Auto kaufen. Schließlich kaufe ich ihm auch ab und zu Bananen und manchmal sogar eine Ananas. Die Anerkennung des Kindes ist hier eine funktionale. Und natürlich beinhaltet auch das. Beide Modelle beinhalten eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Kind. Auch dieses beinhaltet vor allem eine emotionale Wertschätzung für das erfolgsversprechende Kind und vor allem natürlich für den erfolgsversprechenden Sohn. Wir haben also im Wesentlichen zwei Muster, den Wert von Kindern zu ermitteln. Und sie resultieren aus der Art, wie innerhalb der Familie die Unterstützungsleistungen organisiert sind. Beide sind zwei ganz andere Muster. Sie sind beide nicht Himmel und sie sind beide nicht Hölle. Man kann in beiden Mustern als Kind eine gewisse Anerkennung finden. Man kann im linken Muster das Hätschelkind der Familie sein. Aber was ist ein ungehätscheltes Hätschelkind, wenn es das allenfalls eben dann nicht ist? Und man kann im rechten Muster Anerkennung finden, indem man tüchtig ist, indem man Erfolg verspricht. Beide Muster sind also nicht Himmel und nicht Hölle. Aber beide Muster aus beiden Ermittlungsprozessen, aus der familiären Wertbestimmung des Kindes, wie sie auch ausfallen mag, und da müssen wir auch sagen, diese rechte Muster, in dem das Kind wertvoll ist, das ist nicht mehr nur in Gesellschaften des globalen Südens vorhanden. Das ist natürlich mittlerweile auch durch Migration angekommen. Und man trifft auch auf solche Familien, die hier den Wert der Kinder in dieser Weise ermitteln und zum Beispiel eben sehr viel ganz anders noch einmal Wert legen auf den schulischen Erfolg der Kinder. Und auch eingreifen zum Beispiel, wenn es darum geht, die schulische Karriere der Kinder zu bestimmen. Aus beiden Wertermittlungen resultiert aber keine hinreichende Wertschätzung des Kindes. Auch wenn die Familien ihre Kinder lieben, melden, so sind damit Unversehrtheit und individuelle Ansprüche der Kinder ungenügend geschützt. Kinder sind eine Bevölkerungsgruppe in einer prekären Lage. Das kann man ganz leicht zeigen, da muss man gar nicht weit suchen. Das ist eine Geschichte der Kinder vor allem im westlichen Muster, also im Muster, in dem die Kinder eigentlich teuer und teuer sind. Und es ist eine Geschichte der Grausamkeiten an den Kindern. Nun ist das auch zum Teil umstritten, was Leuthi Moos hier gemacht hat in diesem Buch, weil er das recht psychologisierend interpretiert, warum die Eltern das täten. Man kann das auch anders interpretieren, aber zweifellos ist eine Ersammlung von Grausamkeiten, die man als solche nicht bestreiten kann. Die sind auch in anderen Quellen zu finden. Und ja, es ist ziemlich schrecklich, was man da liest, darum auch der Titel hörte, die Kinder weinen. War mal so ein Bestseller in den 70er, 80er Jahren. Eine Sache der Vergangenheit ist das nicht, wenn man David Finkelhofer, der über die Viktimisierung von Kindern forscht und der Leiter des Centers of Crimes Against Children ist, weist darauf hin und belegt, dass mit sehr vielen Studien, wie sehr die Kinder exponiert sind für Viktimisierung. Kinder erleben dreimal häufiger Gewalt durch erwachsene Familienmitglieder, zeigen Studien über die Viktimisierung, die wir hier leider noch nicht einmal haben, die wir für die USA haben. Und die zeigen, Kinder haben dreimal häufiger Gewalt durch erwachsene Familienmitglieder zu erleben und die wird nur halb so oft polizeilich gemeldet. Im Muster der Filial Piety sieht das nicht anders aus. Da ist es nur so, da haben wir noch nicht einmal Daten dazu. Es hat noch nicht einmal jemanden interessiert, das historisch aufzuarbeiten. Das ändert sich erst jetzt mit dem Auftreten der internationalen Organisationen. Ich habe vor etwa zehn Jahren eine Studie an Kindergartenkindern dort gemacht. Das sind vier meiner Kindergartenkinder, die Sie hier sehen. Und ich habe diese Kinder nicht explizit nach Gewalt, die Sie erleben, gefragt. Ich habe also kleine Übungen mit ihnen gemacht. Und eine bestand darin, dass sie so holzerne Smilies bekamen mit verschiedenen Gesichtsausdrucken. Und da mussten sie sagen, wie sich dieser Smiley da gerade so fühlt und ob sie sich auch einmal schon so gefühlt haben. Und diese kleine Übung nahmen die Kinder zum Anlass, um über sehr viel häusliche Gewalt zu berichten. Insgesamt war es über die Hälfte der Kinder, die über erfahrene Gewalt in ihrer Familie klagten. Wenn sie einen weinenden oder wütenden Smiley hatten, sagten sie, ja, der wird geschlagen und ich werde auch von uns schlimmere Dinge. Das beklagt auch UNICEF, die mittlerweile sehr aktiv sind dort. Und sie beklagen vor allem auch, dass die Kinder in diesem Muster überhaupt nicht dazu angehalten werden, eigene Interessen zu entwickeln, weil sie sich ja den Interessen der Familie zu unterziehen hätten. Wenn man die Familie dort zum Beispiel fragt, was soll denn das Kind werden, haben sie sehr genaue Vorstellungen davon, was es werden soll, weil sie das gerade so brauchen können. Wenn man hier fragt, dann vor allem die Mütter weichen dann aus und sagen, ach, da müsste ich also gar nichts dazu sagen. Also es muss das Kind vollkommen selber entscheiden, in welche Richtung es gehen möchte. Hier haben sie eben sehr dezidierte Ansichten davon, was das Kind später werden soll. Aber ob das eine Muster oder das andere Muster, es tut sich nicht viel. Die Kinder sind in beiden Mustern Opfer von Gewalt. Das hat eine WHO-Studie 2013 gezeigt. Sie spricht hier von dem europäischen Raum, fasst aber den sehr weit. Sie hat nebst den Ländern Westeuropas auch Osteuropa untersucht. Die Länder des Kaukasus und bis nach Zentralasien, also all das ist hier drin. Und in allen diesen Ländern sind es erschreckende Misshandlungsraten, die 2013 vorgestellt werden. Sie können es hier selber sehen. 9,6 Prozent sexueller Missbrauch, 22,9 Prozent physische Misshandlung, psychische Misshandlung, fast ein Drittel der Kinder. Das ist auch aus dieser WHO-Studie. Das sind die Homozidraten inklusive Todesfälle mit ungeklärter Ursache, die auch meistens auf Misshandlung oder Vernachleistung zurückzuführen sind. Die Raten sind erschreckend hoch. Deutschland habe ich markiert mit dem Pfeil. Und da sehen Sie, da sind das 0,61 Kinder auf 100.000 unter 15. Das macht zwei bis drei Kinder pro Woche, die in ihrer Familie zu Tode kommen. Das ist laut WHO eine dreifache Unterschätzung. Man muss mit einer ungefähr dreifachen Unterschätzung rechnen. Und Sie sehen auch, dass es Länder gibt, die sich besser stellen als Deutschland. Erstaunlicherweise sind hier Griechenland, Spanien, Italien liegen hier sehr gut. Man könnte sagen, okay, die führen ja halt einfach schlechte Statistiken. So könnten wir das natürlich vom Tisch wischen. Aber es gibt eine Studie von UNICEF, kurz zuvor gemacht. Die kommt zu einer ganz ähnlichen Reihung, was die Spitzenreiter betrifft. Da sind diese Länder auch ganz weit vorne. Und wenn wir die Kinder nach dem selbst erfahrenen Wohlbefinden fragen in den verschiedenen Ländern, dann ist es tatsächlich in Spanien und in Griechenland sehr hoch. Geben die Kinder an, dass es ihnen gut geht, dass sie sich zufrieden sein mit ihrem Leben, obwohl diese Länder relativ arm sind. Es hängt also nicht nur mit dem Reichtum zusammen. Und es heißt natürlich auch, dass ein Land wie Deutschland sich ganz klar verbessern könnte in dieser Hinsicht. Aus der Bedeutung, die die Kinder für ihre Familien haben, kurz und gut, hat also nie ein hinreichender Schutz der Kinder resultiert. Und so nähert sich der Staat den Kindern schon relativ früh, schon im 19. Jahrhundert. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Stichworte dazu geben, wie sich der Staat den Kindern nähert. Das ist nämlich eine ganz bestimmte Art, wie er die Kinder versteht und wie er allenfalls so etwas, was man in Anführungszeichen als Kinderpolitik betreiben könnte, wie er das versteht. Der Staat nähert sich den Kindern erstens in einem ausgesprochenen Ordnungsinteresse. Es ging ihm um die armen und verwahrlosen Kinder, die wollte er unter Kontrolle bringen. Im 19. Jahrhundert hatte man Angst vor Revolutionen und Aufständen. Und auch heute noch, wenn Sie sehen, warum Maßnahmen angeschoben werden, sind Argumente wie Verhindern einer Parallelgesellschaft nicht selten und lösen etwas aus. Also das ist dieses Ordnungsinteresse. Der zweite Punkt ist, der Staat hat den Nachwuchs als Humankapital, das er braucht. Für die nationale Ökonomie braucht er das, für die nationalen Versicherungen. Und früher braucht er es natürlich für die Armee und die Kolonien und die Fabriken. Heute braucht er es eben für den nationalen Arbeitsmarkt und das Funktionieren der Sozialverträge. Er bleibt also fokussiert auf eine recht enge Vorstellung nützlicher Individuen, zukünftig nützlicher Individuen. Dazu gehört dann auch eine Vorstellung von Bildung, die auch relativ eng ist und die zunächst ganz klar nach dem Stand, nach ständig organisiert ist und heute noch immer sehr stark sich in soziale Hierarchien einfügt. Stichwort Bildungsungleichheit. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Er hat dann zum Schluss auch noch eine Vorstellung von Kinderschutz, von Kindeswohl. Aber auch das ist eine enge Vorstellung, dass Kindeswohl, so wie es definiert ist und wie es den Kinderschutz anleitet, wird vor allem dann als gefährdet betrachtet, wenn eine normgerechte Entwicklung des Kindes in Gefahr steht. So ist das definiert. Es geht also nicht um so etwas wie Wohlbefinden und es geht nicht um Ängste und Leiden und Sorgen des Kindes. Es geht um die normgerechte Entwicklung. Ist die noch gesichert oder nicht? Ich fasse das nochmal zusammen. Also das Interesse des Nationalstaates, ein Ordnungsinteresse, eine enge Sicht von Humankapital, eine Vorstellung von Bildung, die eingepasst ist in Arbeitsmarkten, soziale Strukturen, und sie soll deren Existenz sichern, eine Kindeswohlvorstellung im Sinne einer normgerechten Entwicklung. Das ist keine Kindheitspolitik, was der Nationalstaat betreibt und betrieben hat, kann man nicht als Kindheitspolitik betrachten. Das ist eine Familienpolitik oder eine Bildungspolitik oder eine Ordnungspolitik, aber es ist keine Kindheitspolitik, die sich auf Kindheit als Lebensphase beziehen würde. Kinder interessieren vor allem als künftige Erwachsene. Das war so und das ist so. Dazu noch zwei schöne Zitate von einem schwedischen Sozialpolitik-Forscher, Göran Terborn, der sagt, Erwachsenenpolitik konnte mit Kindern nichts politisch Sinnvolles anfangen. In einem Vortrag sagt er auch mal, die Fantasielosigkeit war nicht zu überbieten. Auch das ist wahrscheinlich richtig. Und in einem zweiten Zitat sagt er, Kinderpolitik ist kein Ausdruck, der häufig verwendet wird, selbst für den kompetenten Leser ist er unklar. Sogar analytikerpolitischen Geschehens, Frau Mönch hat es auch schon in der Einleitung gesagt, analytikerpolitischen Geschehens können eigentlich auskommen, ohne den Ausdruck Kinderpolitik zu benutzen oder dem irgendwie einen besonderen Sinn zuzuschreiben. Das hat sich erst geändert und erst da ist aufgekommen, was uns heute beschäftigt. Diskussionen wie Rechte von Kindern, Rechte eines jeden Kindes, Beschäftigung mit der Kindheit als Lebensphase und nicht nur als Entwicklungsphase. Das kam erst, als sich die internationale Ebene in das Geschehen eingeschaltet hat. Das ist schon sehr früh geschehen. Eine erste Kinderrechtsinitiative haben wir schon 1924, wurde die vom Völkerbund angenommen, auf Initiative von Edlantin Schepp und ich will dazu gar nicht allzu viel sagen. Ich will nur noch einmal dem Nationalstaat gegenüberstellen, was es nun für Stichworte sind, die das Wirken der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Nationalstaat, wenn er Druck ausübt darauf, wie die mit den Kindern umzugehen hätten, was das charakterisiert. Von Anfang an ist das Interesse des Kindes eine Umkehr der Sichtweise im Vergleich zum Nationalstaat. Es sind nicht die Kinder der Nation, die interessieren, um die es hier geht. Es sind alle Kinder und ganz explizit auch die anderen Kinder und die Kinder der anderen. Bei Schepp gaben sogar die Kinder des Kriegsgegners den Ausschlag für ihre Initiative. Das ist ein Kind, das hier gezeigt wird, ein hungerndes Kind auf dem Balkan. Und diese hungernden Kinder auf dem Balkan gaben den Anstoß für ihre Initiative. Das war der Kriegsgegner gewesen 1924. Sie bekam dafür auch Drohungen, Anfeindungen, weil sie sich für die Kinder des Kriegsgegners einsetzte. Und dieses Interesse an anderen und an allen Kindern blieb ein Merkmal der internationalen Bemühungen. Es sind Kinder fremder Länder, weit entfernt von den eigenen. Es sind behinderte Kinder, um die es nun geht und um die es nun in ganz anderer Weise geht. Das sind nur so ein paar Titelblätter von den Reports der internationalen. Sie sehen, sie sehen, das andere Kind, das behinderte Kind. Es ist nicht, wenn Sie noch mal die Bilder vor Augen haben, die ich hatte für die Kinder des Nationalstaates, ist das eine Umkehr der Sichtweise. Die Stichworte, die ich hierfür brauchen kann, ist für das Bemühen der internationalen Organisationen um das Kind, ist einmal, es geht um alle Kinder. Und für alle Kinder möge das Gleiche gelten. Da kann man nun auch Kritik einwenden. Und wenn ich in Zentralasien bin und sehe, wie da manchmal die Bemühungen der Internationalen ankommen, das hat manchmal auch eine gewisse Komik. Da stoßen die Bemühungen der Internationalen und sind ganz stark der westlichen Weltsicht verpflichtet, einer individualistischen Gesellschaft verpflichtet. Da reden die Leute auch zum Teil aneinander vorbei. Aber es ist natürlich die Abkehr davon, was den Nationalstaat immer kennzeichnete, dass der Unterschied zwischen den richtigen Kindern und den nicht richtigen Kindern. Und für die richtigen Kinder hat er eine Menge getan. Auf die hat er das ganze Bildungswesen gepasst, angefangen von den Schulzeiten. Auf die passt er noch heute in Deutschland ganz stark die monetären Leistungen. Die sind größer für die richtigen Kinder als für die nicht richtigen Kinder, weil sie die entsprechenden Familienformen unterstützen und nicht so sehr das Kind. Und insofern ist das natürlich auch ein wichtiger Gegenpunkt. Es ist eine andere Vorstellung von Bildung. Bildung taucht hier wirklich auf als Verwirklichung von Talenten. Die internationalen Organisationen drücken ja übrigens auch Deutschland. Bildung müsse früher anfangen, viel früher anfangen. OECD schreibt uns das immer wieder ins Merkheft, dass wir zu wenig tun in Sachen Early Education. Und die Bildung müsste länger dauern. Es müssen mehr Leute auf die Universitäten und mehr Leute Tertiabildung genießen. Auch das ist ein Anliegen. Sie kommen mit einer viel größeren Bildungsvorstellung. Nun kann man natürlich auch hier seine Fragezeichen setzen. Denn natürlich gehört das zu dem, was man so platt bezeichnen könnte, als eine neoliberale Gesellschaftsvorstellung, die auf einem maximal kompetenten Individuum aufbaut, dass er einem globalen Arbeitsmarkt zur Verfügung ist, das global einsetzbar ist. Das ist so. Trotzdem ist natürlich ein ganz anderes Insistieren auf Bildungsbemühungen. Mit diesen Ideen machen die internationalen Druck auf die Nationen, vor allem über ihre Publikationen. Ich habe das auch bezeichnet als Messen und Vergleichen, als Governance. Sie renken die ganze Zeit. Die Homizidraten, die ich Ihnen gezeigt habe, waren ein Beispiel, wie sie Druck ausüben auf die Länder, etwas zu tun. Die Homizidraten, die dann eben bei uns gar nicht so gut sind, wenn man es im internationalen Vergleich betrachtet, das ist ihr Mittel, uns auf Errungenes und auf Versäumtes aufmerksam zu machen. Der Erfolg ist in der Tat beachtlich. Es gelingt den Internationalen, die Politik für ihr Anliegen zu mobilisieren. Hier ist vielleicht eine etwas allzu euphorische Sicht von Black. Die schreibt die Geschichte von UNICEF und sie macht es natürlich dann sehr, sehr positiv. Aber es ist tatsächlich so, und vor allem wenn sie in arme Staaten kommen, ist es noch stärker so, hier finden wir jetzt keinen Politiker. Aber wenn eine solche Konferenz für Kinder in Kyrgyzstan eröffnet wird, müssen ein paar hochrangige Politiker anrücken. Es ist nämlich so, dass das mit monetären Leistungen verbunden ist. Und diese Staaten sind abhängig von den Leistungen, die die Weltbank ihnen offeriert. Und die Weltbank macht heute so ein, ihr kriegt nicht nur Geld. Wenn ihr keine Entwicklung gebt, dann kriegt ihr kein Geld. Also sie machen so ein Gesamtpaket, in dem sie gleichzeitig neben ökonomischer Entwicklung, Menschenrechte, Bildung und eben immer wieder Kinder und frühkindliche Erziehung auf die Traxantenliste setzen und damit verbinden, was sie an monetären Entwicklungsinputs leisten. Mit ihren Reports machen die Internationalen darauf aufmerksam, dass nicht nur Asien und Afrika mehr tun müssen, sondern zum Beispiel auch Deutschland. Und da will ich Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen. Es werden also Versäumnisse sichtbar, dank dem, dass sich die internationale Ebene eingeschaltet hat, weil die nationale Ebene eben dieses so sehr enge Interesse hatte. Zum Beispiel, wir würden ja nun denken, wir seien die nettesten und liberalsten Eltern der Welt und keiner tut es so gut wie wir. Wir reden wirklich vernünftig mit unseren Kindern, fragt man unsere Kinder und vergleicht das mit den Ergebnissen von Kindern aus anderen Ländern, ist es gar nicht so besonders. Im Gegenteil, es liegt weit unten im letzten Drittel. Die Kinder finden, man kann mit den Eltern nicht so gut reden. Vor allem mit den Vätern, tut mir leid, es stimmt sicher nicht für alle hier anwesenden Väter. Aber im internationalen Vergleich finden Sie das Gespräch mit dem Vater schwierig. Es kann Ihnen eine weitere Sammlung von solchen Versäumnissen geben. Da können Sie jetzt besser sagen, als ich, ob ich da vielleicht auf dem Holzweg bin. Aber wenn wir die Under-5-Mortality-Rate betrachten, so ein Zentralindikator für die internationalen Organisationen, dann denke ich als medizinischer Laie, das könnte besser sein. Es gibt Länder, die hier klar besser sind. Wir sind bei 3,7. Das ist sicher im Vergleich zu Somalia, das diese Liste anführt. Natürlich eine ganz andere Mortality-Rate hat. Es ist aber immer noch hoch, wenn wir es vergleichen, zum Beispiel mit Finnland, Island, Japan, Norwegen. Die sind deutlich besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wenn wir das im Ranking sehen, dann sehen wir eben den Unterschied. Kinderschutz, da haben wir eine ganz klar unbefriedigende Datenlage. Wir haben eine reine Hellfeld-Statistik. Bildungsungleichheit, das wurde uns ja von PISA gesagt, im Jahre 2000, dass wir da, die sind mit der allerhöchsten Bildungsungleichheit von allen Ländern, die teilgenommen haben. Das hat sich mittlerweile etwas gebessert. Und es ist aber immer noch etwas überdurchschnittlich. Und die schlechte Nachricht ist, es steigt in den IGLU-Studien, die die Lesekompetenzen von Viertklässlern messen, steigt die Ungleichheit neuerdings wieder an. Und zwar auch die Ungleichheit der Bewertung durch die Lehrer. Die Kinder werden ungleicher bewertet, steigend ungleich bewertet, seit einigen Jahren in den IGLU-Studien messbar. Da könnte man weiteres hinzufügen. Ich lasse das mal und komme zum Fazit. Kinder bleiben eine gering bewertete Gruppe. Trotz Verbesserungen, wie sie vor allem unter internationalem Einfluss zustande gekommen sind, braucht es also eine nationale Kinderpolitik, von der wir noch ziemlich weit weg sind. Internationale Organisationen in Kooperation mit jeweiligen Experten sind wichtige Gruppen bei deren Festlegung. Es kommt nicht nur von der Politik. Auch im 19. Jahrhundert, als sich der Nationalstaat einschaltete, waren natürlich die Experten, die allmählich aufkommende Kindermedizin und die Pädagogik und die Psychologie ganz wichtig dabei und haben auf die Missstände aufmerksam gemacht und den Staat gepusht, etwas zu tun. Und wenn die internationalen Organisationen heute so viel stärker agieren können, dann ist es nicht zuletzt deswegen so, weil sie einfach eine Ansammlung von Experten haben, die man der nationalen Politik nur wünschen könnte. Dann zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Beispiel bringen, wie man Handlungen vielleicht, weil es ja manchmal etwas langsam geht, auch bei politischem Widerstand auf den Weg bringen kann. Das zeigt meines Erachtens sehr schön der WHO-Report und er macht nochmal auf den Vorteil der Expertenargumentation und der Experten als einer wichtigen Gruppe in der Gestaltung solcher Politik aufmerksam. Die WHO könnte ja nun natürlich mit den osteuropäischen Ländern zum Beispiel, wenn sie die untersucht, ganz lange darüber reden, ob man so etwas wie psychische Misshandlung des Kindes oder Körperstrafe überhaupt erfassen soll. Sie wissen, dass da kommen auch immer gerade die konservativen Stimmen, die sagen, das greift unsere traditionelle Familienstruktur an, das ist ein Family Mainstreaming, das wir nicht möchten. Und die WHO spricht dann gar nicht darüber, sondern sie sagt ganz einfach, Kindsmisshandlung ist ein Gesundheitsproblem, ein ganz ungeheuer kostenintensives Gesundheitsproblem. Daraus ergeben sich Depressionen, daraus ergeben sich weitere Suchtkrankheiten, weitere gesundheitliche Störungen und wir müssen das ganz einfach beheben, denn es fällt in unseren Kompetenzbereich, nämlich den des Gesundheitswesens. Das ist vielleicht gar keine schlichte Lösung, wenn man bedenkt, wie lange man sonst darüber streiten kann. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.